Hallo Christiane, herzlich willkommen in meinem Herz-zu-Herz-Live-Talk. Danke, danke für die Einladung. Schön, dich zu sehen. Ich muss auch gleich auf mein Herz greifen. Wir haben uns das letzte Mal gesehen, da habe ich noch meinen ersten Babybauch gehabt, oder? Ja, total. Ganz schön lang her. Ja, schön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Dieser Herz-zu-Herz-Live-Talk ist dazu da, liebe Christiane, den Menschen da draußen Impulse zu geben, wie andere Menschen gerade, und in dem Fall du, aktuell umgehst mit der Situation, in der wir alle sind. Ich stelle dich mal vor, liebe Christiane, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, ich weiß gar nicht mehr, seit wie vielen Jahren oder vor wie vielen Jahren, acht Jahre. Ich glaube, es ist noch gar nicht so lange, es sind vielleicht nur fünf oder sechs, aber es fühlt sich so lange an, weil es ist sehr viel passiert. Ja, ja, und ich habe deinen Weg verfolgt und war so begeistert und bin so begeistert, welchen Weg du gegangen bist, weil sich das so absolut authentisch nach dir anfühlt. Und du bist heute, liebe Christiane, jetzt muss ich nochmal ablesen, weil ich es so toll finde, Feminine and Sexual Embodiment Coach und tantrische Yoga-Lehrerin. Und ich beobachte das ja immer mal wieder. Du bist weltweit unterwegs mit Seminaren, mit Retreats, Mal auf Bali, Ibiza, Schweden, ganz Tourstuch, ganz Europa, um eben den Frauen so einen Raum zu geben, diese Weiblichkeit wieder zu entdecken, diese göttliche Weiblichkeit und eine Form auch dieser heiligen, ich nenne es mal echt heilige Sexualität. Und du machst auch viel Arbeit mit dem Juni-Ei. Genau. Gebärmutterheilungen und ja, alles rund um dieses Thema weibliche Kraft. Und mit all diesem Hintergrund, den du da hast und mit diesem Kontakt zu den Frauen, die einfach hier schon auf einer Ebene tiefer unterwegs sind, wie nimmst du für dich jetzt da gerade die Situation wahr? Was spürst du so für dich? Ja, also ich finde es vor allem ganz spannend, was in meinem eigenen Körper, aber auch in dem Körper von vielen Frauen, mit denen ich in Verbindung bin, von vielen Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, gerade passiert, ich habe zum Beispiel selbst eine Woche früher angefangen zu bluten, also gerade auch, wenn wir uns den Menstruationszyklus anschauen, was ein großer Teil meiner eigenen Arbeit ist, finde ich das wahnsinnig spannend, wie unser Körper und auch unsere Gebärmutter, unser Schoßraum da wirklich eine Reflexion ist von dem, was gerade im Außen passiert und wie sich unser eigener Zyklus dadurch verändert. Und ja, ich habe halt, ihr merkt, viele Frauen haben halt einen viel kürzeren Zyklus oder einen längeren Zyklus, starke Schmerzen, starke Blutungen, also es ist ganz viel, was gerade in unserem Körper passiert und was ich wirklich merke auch, und es ist was, ja, ganz, ganz Weibliches auch, es ist wirklich dieses langsamer werden. Ja, ich merke halt wirklich, es geht darum, langsamer zu werden und weil oft befinden wir uns ja im Alltag in diesem, in diesem Hamsterrad und wir, ja, wir haben überhaupt keine Zeit anzuhalten und zu schauen, wir fühlen vielleicht, es fühlt sich irgendwas komisch an, es ist irgendwas nicht so richtig, aber wir haben überhaupt keine Zeit anzuhalten. Und jetzt dadurch, dass die äußere Welt anhält, es ist halt wirklich auch für uns eine Einladung, langsamer zu werden und zu spüren. Und ich merke auch ganz stark, es geht nicht, es geht einfach nicht so viel ums Tun gerade. Also klar, es ist wichtig, die Dinge zu tun, um einfach auf uns selbst zu achten, gesundheitlich darauf zu achten, aber es fiel halt wirklich auf einer inneren Reise ganz viel um das Sein. Und das habe ich halt letzte Woche gemerkt, ich war bis vor, ach, schon zwei Wochen her, oder drei Wochen sogar, ich weiß nicht, die Tage fliegen da, in Bali. Und meine Mama rief mich an und ich kam gerade aus dem Dschungel von einem Brauntraining. Wir waren halt wirklich im Dschungel, eine Woche Leadership-Training. Und ich komme gerade aus dem Dschungel, meine Mama rief mich an und fragte, hey, das passiert hier gerade und du musst dir überlegen, vielleicht, wo willst du sein, wenn die Flugkämpfer zu sind? Ganz andere Welt. Ja, es ist eine ganz andere Welt. Und im Moment bin ich dann wirklich in dieses, okay, ja, was passiert hier gerade? Und was soll ich tun? Was muss ich tun? Flugumbuchen. Viele waren halt so, Flugumbuchen und dies und das. Und ich war da wirklich so ein paar Stunden im Tun, ganz stark im Tun mit Anstrengung und so Zähne zusammenbeißen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert so nicht. Ja, es geht wirklich ums Sein und habe mich dann, und das ist auch diese zutiefst weibliche Qualität, dem hingegeben und habe gesagt, okay, ich vertraue darauf, dass ich an zehn Tagen fliege. Und ich bin jetzt diese, ja, und ich vertraue darauf, dass wenn ich nicht fliege, dann ist das auch okay, dann soll das eben so sein. Und ich vertraue darauf, was auch immer das Universum da für mich für einen größeren Plan hat. Das ist genau das Richtige. Und das Schöne bei der Hingehabe ist ja auch oft so, oder auch manchmal das, was uns Angst macht, dieses, wir wissen halt nicht, wo wir uns hingeben oder was oder wem wir uns hingeben. Ja, und ich merke halt, es geht auch total ums Fühlen, ums Spüren, wo ich halt merke, da kommen halt ganz viele alte Gefühle hoch, ganz viele Emotionen und auch ganz viele Themen, wo wir dachten, ja, das war schon mal, aber jetzt ist es irgendwie nochmal direkt da. Und es sind halt wirklich so Ur-Ur-Ängste, die da kommen. Und ich merke halt das total stark, gerade dieses Thema für mich, Zuhause sein, komme ich noch nach Hause, ja, bin ich jetzt woanders, wo ist mein Zuhause? Und es ist natürlich was, was total stark in meiner Ahnenlinie da ist. Und als, ja, ich bin selbst auch in der DDR groß geworden und da merke ich halt so dieses, meine Freiheit war mir immer wahnsinnig, oder ist mir wahnsinnig wichtig, ja. Und jetzt diese Einschränkung da, diese Freiheit zu haben, ist halt was, wo ich total viel, total viel in mir passiert. Ich bin jetzt in Ibiza, das ist da, wo ich seit letztem Jahr lebe. Und wir haben Ausgangssperre hier in Spanien. Es wirft uns halt wirklich auf uns selbst zurück. Und, ja, gerade auch mich selbst. Ich bin immer mein Single, ich wohne allein. Also ich bin in dieser Selbstisolation mit mir selbst, was eigentlich, es fühlt sich ein bisschen an wie mein normales Leben, muss ich eigentlich sagen. Ich bin total gerne mit mir, aber ich vermisse natürlich, ja, Verbindungen. Und gleichzeitig sind es für andere halt wirklich so diese Themen, ja, jetzt plötzlich ist meine ganze Familie zu Hause, was mache ich denn damit? Ja, also total viel, was passiert. Und ich merke halt, es geht wirklich auch um Mitgefühl, es ist auch eine ganz weibliche Qualität, ja. Also wirklich in diesem ganzen Chaos und auch in dieser ganzen großen Angst, die da ist, wirklich Mensch zu bleiben und wirklich in unserem Herzen zu bleiben, in der Liebe zu bleiben und uns wirklich für die Liebe zu entscheiden und halt wirklich auch mitführend zu sein mit uns selbst und mit dem, was in uns selbst passiert. Und gleichzeitig aber mit anderen Menschen auch, weil als ich vor einer Woche bin ich in Ibiza gelandet und als ich in Barcelona am Flughafen angekommen bin, habe ich nicht mal für den Moment nicht mehr wie ein Mensch behandelt gefühlt. Und da denke ich halt auch, das ist halt wahnsinnig wichtig, dass wir wirklich mit diesem großen Umbruch, der da gerade stattfindet, einfach wirklich uns selbst immer wieder mit uns selbst verbinden und unsere eigene Kraft kommen und auch zu unserer eigenen Wahrheit finden. Ja, wirklich Leadership in unserem eigenen Leben zu übernehmen und wirklich zu unterscheiden, unser Unterscheidungsvermögen zu befragen. Aber halt nicht vom Verstand, sondern vom Herz. Vom Herzen, ja. Genau. Wow, ja, du hast ja jetzt schon ganz viel Impulse gegeben. Am schönsten fand ich, also was mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, ist dieses Mitgefühl mit dir selbst und mit anderen und auch im Vertrauen bleiben, was du vorher erzählt hattest. Und wie machst du das? Also gerade die Situation in Bali, als du da so von außen von deiner Mutter den Input bekommen hast und auch erzählt hast, dass du da mal für drei, vier Stunden so am Arbeiten warst. Und wie machst du das, dass du dann wieder rauskommst aus dieser Angst oder dieser Arbeit, da eine Lösung zu finden und dich dann wieder dem Vertrauen, dem Fluss hinzugeben? Ja, ich denke, genauso wichtig, wie dass wir uns informieren. Und ich informiere mich viel, auch über News, Medien, aber auch verschiedene Theorien, die da im Raum sind. Es ist wirklich einfach wichtig. Und das habe ich halt gemacht, nach einer Weile einfach offline zu gehen. Also wirklich Momente zu schaffen, wo ich nicht online bin, wo ich nicht Informationen, mehr Informationen, andere Informationen, verschiedene Theorien aufnehme, sondern wirklich so Reality-Check machen und sagen so, okay, was ist jetzt gerade da? Ja, okay. Und das funktioniert für mich halt super im Meditieren, im Stillwerden. Ja, um wirklich zu sagen, okay, ich atme. Mein Atem ist jetzt gerade da. Mein Herz schlagen, ich sitze auf der Erde, ich fühle mich mit dem Boden verbunden. Und das ist halt das, was alles gerade in meinem Bewusstsein passiert. Das sind die Gedanken, die gerade da sind. Aber dann wirklich zu gucken, okay, was sind wirklich meine Gedanken und was ist halt das, was ich auch von der ganzen Umwelt aufnehme. Und wir sind ja, die meisten von uns, die wahrscheinlich auch jetzt uns schauen hier, wir sind halt wahnsinnig sensibel. Und es ist einfach wichtig, da zu gucken, okay, was ist unser eigenes und was, was sind diese anderen Sachen, die uns durch den Kopf gehen und die Ängste, die vielleicht an uns projiziert werden. Was mir auch wahnsinnig hilft, ist, mich mit der Natur zu verbinden. Ja, also in welcher Form auch immer. Also ich habe das Glück hier, dass ich im Wald lebe, auf dem Land lebe, das Meer vor der Tür habe. Also ich bin jeden Tag draußen. Ich bin jeden Tag für einen Moment am Meer und wirklich auf der Erde, mich mit der Erde bewusst mit den Füßen barfuß laufen. Also alles, was irgendwie Erdverbindung schafft. Ja, einfach mit dem Rücken oder mit dem Bauch auf der Erde liegen. Alles, was diese Verbindung zur Natur schafft. Und das ist, glaube ich, so wichtig, weil selbst, ja, wenn du jetzt vielleicht gerade nicht rausgehen kannst, ist immer eine Möglichkeit, vielleicht ein Fenster zu öffnen, einen Tee zu machen und irgendwie einfach einen Baum anzuschauen und einfach zu schauen, ah, da ist mehr, ja. Das hilft mir unglaublich. Und was mir sonst hilft, ist Bewegung. Also wirklich im Körper ankommen und wirklich von diesen ganzen Gedanken und Informationen im Körper ankommen und wirklich spüren. Und da hat sich meine Yoga-Praxis, ja, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, auch wahnsinnig verändert. Das glaube ich. Es ist ganz viel Jinn mit dabei, weil wir haben uns beim Jinn-Yoga-Teacher-Training kennengelernt. Es ist ganz viel freifließende Bewegung mit, also nicht linear, sondern tanzen, schütteln und wirklich durch dieses Schütteln erstmal alles auch das loswerden, was vielleicht irgendwo sich hält. mit Emotionen, aber auch wirklich irgendwie zu spüren, ja, meinen Körper und meine Lebensenergie wieder zu spüren. Und das ist das, was ich halt auch merke, also mich bewusst mit meiner eigenen Lebensenergie verbinden, was letztendlich nichts anderes ist wie unsere sexuelle Energie auch. Und was uns hilft und unterstützt, uns lebendig zu fühlen, aber es ist auch wahnsinnig gut für unser Immunsystem, für unseren, ja, einfach um nicht nur körperlich, sondern auch energetisch einfach da stark zu sein. Und ja, und vor allem auch diese Verbindung merke ich zum Schoßraum. Ja, ich hatte jetzt auch einige Gebärmutter-Meditationen frei angeboten und habe jetzt ein Yoni-Love-Tempel, ein Online-Programm, was kommt mit dem Yoni ein, am Ende, wo ich halt merke, es geht halt wirklich darum, auch uns mit unserem Becken, mit dem Schoßraum zu verbinden, weil das ist gerade der Platz, wo wir unser eigenes Zuhause und unsere eigene Sicherheit, unsere emotionale Sicherheit, aber auch so ein Gefühl von geerdet sein bekommen. Ja. Das wollte ich tatsächlich gerade fragen, siehst du da einen Zusammenhang zwischen dieser weiblichen Urkraft im Becken und diesem Urvertrauen und gleichzeitig auch diesen Urängsten, die da gerade so hochkommen bei vielen Menschen? Ja, total. Ja, das kann ich total spüren, weil es ist gerade das erste Chakra, das ist unser Urvertrauen, unsere Verbindung zur Erde, zur Mutter, zur Liebe, wenn wir es so wollen, ist, ja. Und es ist halt gerade der Raum, wo wir ganz viel Anspannung halten und ich meine, es ist was, wo wir jeden Moment einchecken können, also einfach mal jetzt, wo wir hier sitzen und das Video gucken, mal schauen, wie entspannt ist unser Beckenboden jetzt vielleicht gerade, ja, und wo halten wir... Ich lasse gleich mal los. Ja. Genau. Es ist halt so spürbar, wenn wir wirklich das Bewusstsein dahin bringen. Und es hilft uns halt auch, wenn wir uns mit diesem Raum verbinden, die Ängste, die Emotionen, die Traumata, die da vielleicht sind, die loszulassen, ich will es vielleicht noch anders ausdrücken, liebevoll anzunehmen und wirklich zu schauen, wie wir die für uns nutzen können. Weil ich habe halt auch das Gefühl, dass ich selbst und viele in meinem Umfeld, viele, die diese Arbeit machen, viele Frauen, mit denen ich über die letzten Jahre zusammengearbeitet habe, da einfach ganz wirklich gut aufgestellt sind und sich wirklich gut verbunden fühlen. Und ich merke halt, wenn wir mit diesem Schoßraum verbunden sind, dann sind wir nicht nur mit unserer kreativen Energie verbunden, und wir können nicht so leicht kontrolliert werden. Es ist eine eigene innere Wahrheit in unserem Becken. Oh ja. Ich habe jetzt ganz oft auch für mich mitgenommen, diese eigene innere Wahrheit zu finden. Also da hast du mir jetzt richtig Lust gemacht, deine Meditation auch anzuhören. Wo finde ich denn die überhaupt? Auf deiner Seite? Genau, ja, also du findest mich auf meiner Seite, also Christiane Armea bei Instagram, bei Facebook, findest mich auf meiner Webseite. Die Meditationen, die finde ich auf der Webseite wahrscheinlich, oder? Genau. Sehr gut, da werde ich mir heute gleich mal eine anhören. Ja, vielen, vielen Dank, Christiane. Ich will da die Impulse auch immer sehr kurz halten, damit sie sozusagen auch alltagstauglich bleiben. Ich denke, da war ganz viel dabei mit der Meditation, mit dem zur Ruhe kommen, in die Stille gehen, differenzieren zwischen, was ist meine Wahrheit und was ist sozusagen von außen. Und auch diese, ja, diese Kraft da zu finden im Becken, diese Verbindung zur Erde, ja, das fand ich jetzt am Ende nochmal so ein schöner Impuls. Und da ist sicherlich deine Arbeit ganz, ganz wertvoll. Da werde ich heute mal gleich in die Meditation reinschauen. Und wenn du sagst, dass du da auch ein Online-Programm hast, mit dem Juni-Ei zu arbeiten, freue ich mich auch schon drauf. Also, vielen, vielen Dank dir. Ja, danke dir. Danke für den Raum, den du geschaffst für alle zum Teilen und zum Unterstützen. Voll gerne. Vielen Dank dir, Christiane. Ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. Küsschen nach Ibiza. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder im echten Leben. Schauen wir mal. Es wird sich verändern. Absolut. Absolut. Auf was es weiblich ist. Ja, das stimmt. Wir sind in einer Veränderung. Absolut. Vielen Dank allen, einen schönen Abend, die zugeschaut haben. Und bis bald. Bis bald. Ciao.